Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 13 Sekunden. Falls ihr neu da seid, dann lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support. Schreibt es mal eure Meinung zu der Season in die Kommentare. Ich finde die Season eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin gespannt auf den Shop. Let's go. Oha, sie ist wieder da und einige Skins sind auch wieder zurück und zwar günstige, coole Skins. Was haben wir ganz rechts? Aurum auch wieder am Start. Okay, okay. Oh, Zuckerstange. Saxophonisch ist auch wieder am Start. Heftiges Emote. Das ist ein sehr, sehr nice Emote. Dann haben wir hier Sonnenangebot noch da. Okay, Battle Passstufen gibt es hier und das Crew-Paket ist auch am Start, was ich mir direkt geholt habe, wo die Server wieder online waren. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Ich denke mal, der ist knappe 350 Tage nicht im Shop da gewesen, aber dazu kommen wir dann gleich. Für 800 B-Bucks finde ich die nicht schlecht. Hätte er eventuell einen zweiten Ziel bekommen können, würde ich sogar feiern, denn viele Skins haben sogar ein zweites Ziel bekommen. Nussknacker, den Minty 11 haben die auch ein zweites Ziel gegeben. Schadet es, die Dame hier keinen Ziel bekommen hat. Dann haben wir hier die ganzen günstigen Skins. Waren ja schon öfters im Shop da gewesen. Ich switche mal kurz alle durch. Einmal die hier, hier, einmal so und die ganzen männlichen Varianten sind ganz ehrlich coole Skins. Sehe ich aber kaum irgendwie in der Lobby, beziehungsweise im Spiel drinnen. Dann haben wir hier auch rum für 2000 B-Bucks. Einmal hier den Standardstil, einmal kein Schimmer, dann leuchtet das nicht mehr so und dann haben wir hier einmal den heftigen Stil. Denen gefällt mir, also der Stil gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Das gleiche auch hier mit dem Backblink. Einmal leuchtend, einmal nicht leuchtend und einmal hier diesen Stil. Jo, er haut einfach ein Geschenk raus. Schreibt es mal alle Ehren-Like-Boss in die Kommentare oder Ehren-Julian in die Kommentare. Kuss geht raus. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Emote. Okay, kein Emote. Oh, okay. Skin, krass. Kuss geht raus. Cooler Skin. Erstmal damit spielen. Sehr, sehr ehrenhaft. Haut es mal ein paar Herzen in die Kommentare rein. Würde mich freuen und ihn bestimmt auch. Kuss, geht raus. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, interessanter Bug. Was ist denn das für ein Grafik-Bug? Ja, moin. Was ist denn das für ein Grafik-Bug? Ey, das ist aber krass. Guckt euch das mal an. Hä? Aber ihr habt gesehen, wie es aussieht, oder? Okay. Neuer geleater Skin. Schwarzer Skin. Krass. Ah, hier können wir es nochmal sehen. Okay, komm. So, wir zeigen das nochmal kurz. So, hier das Backbing sieht so aus. Und der Gleiter für 1,5. Mit den ganzen Stilen natürlich. Einmal kein Schimmer. Der ist aber viel zu groß. Und einmal hier so. Was gibt es noch im Shop hier? Nichts mehr. Okay. Ist aber ein kleiner Shop heute, muss ich sagen. Okay, 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 okay. Schauen wir kurz mal nach, was selten ist und was nicht. Falls ich das jetzt sehen kann. So. Schauen wir doch mal nach. Ach, also. Wir haben hier. Ja, 365 Tage alt. 365 Tage alt. Das ist doch mal gar nicht mal so schlecht, oder? Genau. Also die Mistelfieh... Oder wie hieß die? Mistelfiene oder so? Hallo, hallo. Mistelfien. Mist... Was? Mistel... Was? Mistel... El... El... Ach, egal. Vergessen wir das einfach. Vergessen wir das einfach. Die heißt einfach Mistelfiene oder wie auch immer. Hört sich viel, viel besser an. Das Ganze war zuletzt vor 346 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Und einmal die Lackierung war zuletzt vor 365 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Wir haben hier diese Sniper Skins. Oder sind es schon Sniper Skins, würde ich sagen. Wie komme ich denn auf Sniper Skins? Ja, doch, doch, doch. Genau, doch. Sind auf jeden Fall die Sniper Skins. Einmal hier die weibliche Variante mit einem Zweitstil. Gefällt mir deutlich besser, aber der Skin an sich, der gefällt mir irgendwie nicht. Aber die Farben gefallen mir. Dann haben wir hier die Dame für 1,2. Finde ich jetzt nichts besonderes mehr. Lackierung war eine selten. Ist jetzt natürlich nicht mehr selten. Sieht hier so aus. Okay, mal wieder ein paar Bugs im Shop. Heftiges Emote. Sehr nice. War zuletzt vor 23 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Dann haben wir hier Wackeln. Und dann haben wir hier Zusammenreißer für 200. Was gibt es noch im Shop? Nichts. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Shop-Video. Wir sehen' wie bei dir ein paar Abond Kate vom混 Taken hat. Ja. Vielen Dank.